Willkommen zu Climacarnage Extinction. Nach langer Pause. So, ich hab gedacht, ich spiel einfach mal Rex auf. Eigene Gefahr. Ich bin, wie gesagt, ich bin ja nun echt kein Rex-Spieler. Ich bin ja wirklich gut als Karno, als Flugsaurier kann man mich auch ganz passabel. Na? Na? Hallo? Ja. Ich hab's jetzt gerade geschafft, gerade mal aufzukommen. Tada! Ja, ja, ja. Oh, kommt her, Kinder, kommt. Jetzt hab ich Blut geleckt hier. Was ist denn das Wort? Ich kann dich halt hier alle wegschlabbeln. Was ist los hier? Was ist los hier? Kinder, bitte. Stellt euch doch nicht so an. War das auch mal wieder da? Irgendwie das ganze Volk von gestern ist wieder da. Ich wollte gestern auch was aufnehmen, aber leider meine Einstellung so ungünstig, dass er mich nach Starten der Aufnahme gleich wieder rausgeschmissen hat. Jawohl, getroffen hab ich getroffen, hörte sich jedenfalls so an. Warum wird hier auf mich geschossen? Jawohl. So was. Oh, entweder sterbe ich gleich. Wo geh ich jetzt hin? Ja. Hier geblieben. Mann, das läuft ja wie am Schnürchen hier. Mein Gott. Das liegt wahrscheinlich daran, dass das Menschen-Team nicht besonders gut ist, muss ich mal sagen. Und ich vernachlässige doch hier extrem meine Unterstützungsfähigkeiten. Aber ich mein, die brauchen wir gar nicht, wenn ich hier schon sehe. Was geht hier ab? Was geht hier ab? Was ist hier los? Leute! Ich versteh's ja, wenn man nicht so gut ist, aber das ist ja nun erbärmlich. Selbst, ich krieg ja wenigstens nur noch einen Schuss zustande hier. Komm Trapper, komm. Hol dir den Flugsaurier. Du brauchst doch bloß dein Netz, den brauchst du doch gar nicht. Oh, ein Mensch hat einen Kehl gemacht. Sensation. Na, der ist doch noch hier, oder? Ist er wirklich noch hier? Da ist er. Na gut, überrannt. Wahrscheinlich hat sie sich jetzt mit Absicht so ruhig verhalten. Ich hoffe, dass ich ihn übersehe. Ah! Wer hockt denn da? Was ist denn hier los? Gibt's aber nicht. Ja? Was sie wünschen? Einmal fressen werden? Okay. Wenn ihr so drauf besteht, mach ich sofort. Sofort! Da ist er noch. Das Spiel soll ja auch immer überlegt sein, wo man hingeht. Zack! Ich dachte auch, er ist sicher. Mal ein bisschen Power geben hier. Für den Sniper. Blöder Baumstumpf. Schade, dass man nicht mehr taunen kann. Obwohl, ich fresse hier so viel. Er könnte ja nicht taunen. Oder so viel taunen. Oh, da steht einer. Geh ich mal da hin. Da ist mehr los. Oh, das muss ich doch den Weg außen rum machen, oder was? Ja? Sie wünschen? Sie wünschen eure Meistert? Schon wieder! Wie sind wir der, der nach gefressen werden bettelt? Nee, 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 Freund. Ich lass anschließend abhauen. Ah, ja. Jetzt geh ich mal kurz rüber. Mal kurz hier hoch. Irgendwie scheint da oben was los zu sein. Wenn ich oben bin, gehen die alle runter. Jetzt durchstärke ich mich nochmal. 3 HP hier. Ja, 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 ich bin schon da. Ich komme. Ich bin auch kurz rüber. mal sage ich jetzt sind wir hier oben mit seiner weg scheint da oben der einzige platz zu sein wo sie ein bisschen sich verstecken können und ich kann sagen manchmal lässt es einfach über sich ergehen so wo sind sie jetzt ist dahinten was los ein einzelner koch hier oder was der koch wird gefressen n die frau wird auch gefressen samizarin aber ich hab doch hier noch was anders gehört aber war ja das ist hier noch jemand eine fahrschein das ist immer noch dahinten da ist auch was irgendwo da ja ja sie wünschen herr koch na denkst du ich bin zu blöd und gerein ich hole ich mir so ich sehe es nicht kurz zurückziehen hier von irgendwo geschossen woher ich nicht sehe wische und steine geht mit deckung ich werde das teil bei also ein lob an die menschen hier noch durchhalten hier konstellation ist der kassel von hallo hier hast du ein bisschen power mach was draus schon wieder aufgefressen sag mal wie viel fette gibt es hier hallo mr koch hier nicht unter Flugzeug abcampen auch den hole ich mir auch noch komm her baumstamm man oh gott was ist hier los warum 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 sind hier so viele tyrannen selten noch einer aber das ist doch wohl ich nicht mehr normal hier was hier abgeht 20 minuten oh gott zwei t-rex und zwei spinnen alter hier ist ja wohl die 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 klassenbelegung ja wohl voll dahin die ist ja voll für den mülleimer alter krass wie viel rechse und spinos und glaubst du doch alles hier nicht so wir nehmen ich mir jetzt den snapper oder geh ich doch da drüben hin ey lass das schlampe oh wei oh wei oh wei oh wei so hat sich mal jemand da diesen verdammten Tranker mal angenommen oh wei ja zwar stecken sie sich natürlich alle da oben weil wir da so ein bisschen im nachteil sind wir großen aber unsere kleinen sind nicht weniger aktiv komm so ein bisschen power hier oh sie schon wieder unten oder was sag mal hallo veräppeln die Leute ein hier finde die das lustig oh ich hör was was hockst du denn da im Busch ach schon wieder steig ja hm ein weich geklopfter kommando erst weich klopfen durch Karno und dann ach komm 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 nein nein da hallo 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 können wir mal hier mal kannst du mal hin machen ernsthaft also ernsthaft ne blöder wo weh blöder wo weh kollegen retten ist wohl nicht ganz ein ding jetzt auf die letzten minuten jetzt fangen die an sich mal zusammen zu reißen oder was geht hier ab gibt es noch nicht wenn wir den widerstand man die ausschlagen hier so geht das hier nicht erst nicht auf die reihe 200 was meine ach verdammt na gut Karno mach du das ey jetzt so wieder dieser Penner jetzt mach den weg der nervt dankeschön hier wird auch gerne gekämmt hier zwischen den ganzen steinen hier schloss jetzt langt und den punkt bestand hier darf man erstmal getrost ignorieren das ist ja nicht mehr wahr das ist ja traurig 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 für die menschheit doch hier irgendwo wer der hockt in meinem Bus ey hat der noch nicht gemerkt dass das nicht springt ich seh dich ich seh dich und ich seh auch noch ganz andere leute ahme Kerl oh weia kleiner Buschrocker hier wo ist schon wieder was hier wo ist schon wieder was hier ja natürlich das war klar hm hallo da oben kann mal jemand kann sich dem da jemand annehmen wie ich oben bin ist der tot oh du bist ja unten what the fuck der wollte sich wohl fressen lassen von mir soo so läuft jetzt hier nicht ihr denkt wo auch ihr könnt euch da oben verstecken wa so läuft hier aber nicht komm schon na als rechse kommen wir hier nicht weit raptoren ja komm runter komm runter komm runter komm runter Mist kann mal ein raptor so frech sein und mal da hochgehen oder muss ich das schon wieder alles machen wenn wir in Kappa Killer spielen hier naja macht bloß einen dicken Otto hier mach mal wir kommen gleich als raptor ah ein klingelender die zimte punkte aus wechsel räumen hier auf oh da ist einer na und und das soll haben wir durch äh glatt getreten soll nicht sein was schon wieder oh das war der andere mein Gott was rennen hier so viel Pyros rum da kann ich drinnen noch nicht doch jetzt was oh oh wie du paukst doch mal bitte da hoch paukst doch einfach mal da hoch und holen mal diesen verflixten ein paar feiner weg oh ist jetzt hier noch was zu holen oh wer vermint hier schon wieder Kadara wer war das denn schon wieder welcher Vollidot war das denn schon wieder ach ihr seid ein paar Nasen ey naja WAKE ich bin mal wieder weg ah ich sehe was ich seh 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 was eh Oh Gott, ein bisschen missen.